In diesem Video stelle ich euch Arguments, Apply und Call vor und zeige euch, was der Debugger ist. In diesem Video machen wir da weiter, wo wir im letzten Video aufgehört haben, d.h. um mitmachen zu können, müsst ihr das letzte Video gesehen haben und die Videos davor. Öffnet wieder eure Konsole. Wir machen mit unserer Cast-Database weiter, d.h. dafür brauche ich unsere Database, die allgemeine Datenbank, auf der wir aufbauen, das kopiere ich hier rein und die Cast-Database. Im letzten Video haben wir die Insert-Methode so verändert, dass wir sowohl den Namen, das Geschlecht und das Geburtsdatum als einzelne Parameter übergeben können, als auch ein Objekt, das all diese Parameter enthält. Denn das ist ja recht praktisch, wenn man so ein Objekt hat, da hat man all die Informationen gebündelt. Und dadurch, dass man diese Informationen gebündelt hat, wär's ja eigentlich auch praktisch, wenn man nicht nur ein Objekt übergeben könnte, sondern zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben oder acht, also einfach ne unbestimmte Anzahl an Parametern. Aber wie will man das hinkriegen, dass man ne unbestimmte Anzahl an Parametern in einer Funktion entgegen nimmt? Man kann zwischen den runden Klammern ja nicht unendlich viele Parameternamen reinschreiben und selbst wenn, wie will man die alle verarbeiten? Es gibt eine Möglichkeit, das zu tun, und das ist das erste, was ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Als ich euch gezeigt hab, wie man Funktionen aufruft, hab ich euch gesagt, dass die Parameter, die man einer Funktion übergibt, Arguments heißen. Was ich euch noch nicht gesagt hab, ist, dass man diese Arguments auch innerhalb einer Funktion als Objekt zur Verfügung hat. Man schreibt einfach Arguments und da hat man alle Argumente, die einer Funktion übergeben wurden. Arguments ist ein Objekt und das hat auch Properties. Arguments hat zum Beispiel das Length Property, um die Anzahl der übergebenen Argumente auszulesen. Um auf ein bestimmtes Argument zuzugreifen, schreibt man einfach in eckigen Klammern den Index dahinter. Das funktioniert also genau wie bei einem Array, allerdings ist Arguments kein Array. Das heißt, solche Methoden wie Push und Splice und so weiter stehen euch bei Arguments nicht zur Verfügung. Probieren wir das mal aus, schreiben wir mal eine Funktion, die ich mal Test nenne und da nehmen wir quasi gar kein Argument, gar kein Parameter an, aber wir geben die Arguments, das Arguments Objekt einfach mal zurück. Ich rufe die Testmethode mal mit dem Parameter 5 auf und ich bekomme eine Liste, also hier, man sieht das an den eckigen Klammern wie bei einem Array, eine Liste mit dem Eintrag 5 zurück. Und ich kann jetzt auch anderes eingeben, irgendwie Zahlen und Strings und sonst was, ich kann beliebig viele Parameter übergeben und die bekomme ich alle zurück, weil die alle in dieser Liste Arguments enthalten sind. Und mit Arguments ist es dann auch möglich, das Vorhaben umzusetzen, beliebig viele Objekte der Insert-Methode zu übergeben. Wir gehen nochmal in die Insert-Methode rein und hier an der Stelle, wo wir wissen, dass der erste Parameter ein Objekt ist, da können wir sagen, falls es mehr als ein Objekt gibt, gehe einfach die Arguments durch und füge die Objekte der Datenbank zu. Und dann gehen wir hier einfach in eine Vorschleife, eine Variable erstelle ich hier, eine Iterationsvariable, die ich auf 0 setze, dann eine Variable, die ich nur deklariere und o nenne, dann können wir diese Arguments-Length hier mal cachen, also so zwischenspeichern, dann müssen wir das nämlich nicht bei jedem Schleifendurchlauf abfragen, das beschleunigt die Schleife. Solange i kleiner l ist, soll i hochgezählt werden. Das if packen wir jetzt in den Schleifen-Buddy rein und dann am Anfang des Schleifendurchlaufs setzen wir o auf Arguments i und jetzt drücken wir den Rest noch ein und statt zu überprüfen, ob name.name ein String ist und name.gender und so weiter, setzen wir das alles auf o, weil oh ja, jetzt das Objekt ist, das wir überprüfen. Führen wir das mal aus und jetzt erstelle ich eine Variable cast, die ich auf newCastDatabase setze und jetzt füge ich mal mit der Insert-Methode mehrere Objekte ein. Ich probiere das mal aus, ich kopiere die mal hier rein, ich will die nicht alle eintragen, das würde zu lange dauern. Denkt euch einfach irgendwelche Daten aus oder zur Not pausiert dieses Video und schreibt das ab, was hier steht. Ich füge das mal aus und gucke jetzt, ob es funktioniert hat. Ja, es hat funktioniert, wir haben jetzt all die Objekte hier in unserer Datenbank. Ich überlege jetzt sogar, ob wir das so machen, dass man direkt dem Konstruktor die Objekte übergeben kann, dann kann man die Datenbank bereits beim Instanziieren füllen und muss nicht erst die Insert-Methode aufrufen. Denn alles, was wir machen brauchen, ist ja, die Insert-Methode zu benutzen und die Arguments einfach der Insert-Methode zu übergeben. Füllen wir das mal aus und probieren wir das mal, d.h. ich nehme die Variable cast und instanziiere cast-Database neu und dann füge ich bereits hier, wenn ich den Konstruktor aufrufe, die Objekte ein. Probieren wir das mal aus und jetzt gucken wir uns mal die Datenbank an mit der where-Methode und die Datenbank ist leer. Was ist da denn jetzt passiert? Nehmen wir nochmal unsere Anweisung und schreiben davor DEBUGGER mit nem Semikolon. Was jetzt passiert, unterscheidet sich von Browser zu Browser, also wenn ihr Enter drückt und es anders aussieht als bei mir gleich, dann liegt das an eurem Browser bzw. es kann auch sein, dass bei eurem Browser gar nichts passiert. Ich drücke mal Enter und jetzt passiert DAS. Ich bin in einer völlig neuen Umgebung. Was habe ich jetzt hier gemacht? Das Wort Bug heißt im Deutschen Käfer, to find a bug heißt somit auf Deutsch einen Käfer finden. Bug heißt aber auch Computerfehler und somit heißt find a bug auch einen Fehler finden. Das geht angeblich zurück auf Grace Hopper, das ist eine Computerpionierin und eine der ersten Informatikerinnen des Computerzeitalters und 1947 hatte sie eine tote Motte, also quasi einen Käfer, in einem Computer gefunden und diese Motte hatte den Computer nämlich zum Absturz gebracht. Denn damals waren die Computer noch so groß und klobig, dass da Käfer reinpassten und die konnten dann wirklich Dinge durcheinander bringen und dann zum Beispiel so einen Computer zum Absturz bringen. Grace Hopper hat die Motte ins Logbuch geklebt und dazu geschrieben, first actual case of bug being found, also der erste tatsächliche Fall, wo ein Käfer gefunden wurde. Das heißt, darin kann man sehen, dass schon damals der Begriff Bug unter Informatikern so für Fehlfunktionen benutzt wurde. Aus dem Begriff ist inzwischen ein echtes Wort geworden, debug heißt zu Deutsch so viel viel Fehler beseitigen. Und ein Debugger ist ein Modus, der einem dabei hilft, diese Fehler aufzuspüren. Und wenn ein Browser einen Debugger-Modus besitzt, dann kann man den in JavaScript aufrufen, indem man das Debugger-Statement benutzt. Das haben wir hier gemacht und das führt dazu, dass wir hier jetzt den Code Zeile für Zeile durchgehen können und immer genau sehen können, was gerade passiert, also jetzt sind die ganzen Date-Objekte instanziiert worden und jetzt sind wir hier in den Konstruktor gesprungen. Und jetzt kann ich mir nämlich auch den Konstruktor ansehen, kann sehen, dass das hier eine Funktion ist. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch hier auf dieses Arguments gehen und sehen, was die Argumente sind, ich könnte hier die Objekte auch aufklappen und gucken, was da drin steht und jetzt klicke ich, gehe ich in diese Insert-Methode rein, jetzt könnte ich zum Beispiel auch gucken, was ist im Parameter name und jetzt gehen wir hier durch das if, landen im else-if, gehen in die For-Schleife und jetzt können wir auch mal gucken, was haben wir denn hier als Arguments und da sehen wir, dass wir nur eine Länge von 1 haben, also wir haben nur ein einziges Argument, aber wir hatten doch acht Argumente übergeben, also acht Objekte waren das, die wir übergeben haben. Was ist da passiert? Wie wir hier sehen können, ist unser Argument das Arguments-Argument, das Arguments-Objekt. Wir haben das Arguments-Objekt vom Konstruktor einfach der Insert-Methode als ersten Parameter übergeben. Erst wenn wir hier in das erste Element der Arguments-Liste gehen, haben wir da die Argumente, die wir haben wollen, also da haben wir die Liste der Argumente vom Konstruktor und dann ist es natürlich klar, dass das nicht funktioniert, denn wir haben jetzt O, also das haben wir jetzt als Arguments mit acht Elementen und da ist natürlich kein Name-Property bei O und dadurch kann halt das fehlende Name-Property auch gar nicht erst String sein und das fehlende Gender-Property kann auch nicht String sein und so weiter, also deswegen geht das gar nicht erst hier ins if rein und dadurch, dass wir nur ein Objekt haben, wird die Vorschleife auch nur einmal ausgeführt und das erklärt natürlich dann das Fehlverhalten. Setzen wir mal den Rest der Code-Ausführung fort, indem wir hier draufklicken und wechseln wieder in die Konsole. Der Debugger-Modus ist unglaublich nützlich, aber auch unglaublich komplex und unterscheidet sich von Browser zu Browser, deswegen gehe ich darauf jetzt hier nicht weiter ein. Aber wir haben den Fehler gefunden. Wir dürfen nicht hier einfach dieses Arguments-Objekt als Parameter übergeben, das funktioniert nicht. Aber was machen wir stattdessen? Wir könnten natürlich jetzt irgendwie eine Vorschleife bauen und dann die Argumente durchgehen und die Insert-Methode für jedes Argument aufrufen, aber wir haben ja extra die Insert-Methode jetzt so gebaut, dass wir mehrere Objekte gleichzeitig entgegennehmen können, denn würden wir davon ja gar nicht Gebrauch machen, wenn wir jetzt für jedes Objekt einzeln die Insert-Methode aufrufen. Es gibt allerdings eine Lösung, denn es gibt noch zwei andere Wege, Funktionen aufzurufen. Als ich euch die objektorientierte Programmierung vorgestellt habe, hatte ich ja gesagt, dass in der Objektorientierung Funktionen auf Objekte angewendet werden. Diese Funktionen hängen bereits an den Objekten, das sind halt die Properties, die ich euch vorgestellt habe, und innerhalb der Funktion kann das Objekt, an der die Funktion hängt, per this erreicht werden. Aber in JavaScript kann man eine Funktion auch nehmen und einfach auf ein anderes Objekt anwenden. this entspricht dann innerhalb der Funktion dem anderen Objekt, auf das es angewendet wurde. Wie kann ich sowas machen? Funktionen sind Objekte, die haben Properties, beispielsweise das Prototype-Property. Funktionen haben aber auch eigene Funktionen und eine davon ist apply. apply heißt auf deutsch anwenden oder anwenden auf und mit apply kann man eine Funktion auf ein beliebiges Objekt anwenden, dann ist this innerhalb der Funktion auf dieses andere Objekt gesetzt. Und der Grund, warum ich euch das jetzt erzähle, ist folgendes. Man übergebt der apply-Methode mit dem Objekt ja schon einen Parameter, aber was, wenn ich eine Funktion auch mit anderen Parametern aufrufen will? Wie übergebe ich diese Parameter, wenn ich apply nutze? Und hier kommt es nämlich, ich übergebe diese Parameter in Form einer Liste. Also zum Beispiel in Form eines Arrays oder in Form eines Argument-Objekts. Und es gibt sogar noch einen dritten Weg, eine Funktion aufzurufen, nämlich mit call. Auch bei call wie bei apply ist der erste Parameter das Objekt, auf das sich this beziehen soll. Aber im Gegensatz zu apply übergebt man keine Liste, sondern die Parameter selbst so wie man die auch übergeben würde, wenn man die Funktion normal aufrufen würde. Probieren wir das mal aus, ich erstelle mal eine neue Konstruktor-Funktion, die ich test nenne, und in dieser Konstruktor-Funktion definiere ich ein Properties namens testfn, also testFunction, und die Funktion macht nichts außer this zurückzugeben. Erstellen wir mal eine neue Instanz von test, und jetzt rufen wir mal testfn ganz normal auf. Zurück kommt das erstellte Objekt, also die Instanz, die wir hier gemacht haben. Aber jetzt mache ich mal folgendes, ich nehme testfn und benutze dann diese call-Property und rufe das auf einem einfachen Objekt auf. Das this, das zurückgegeben wird, ist jetzt ein Objekt. Dasselbe kann ich auch machen, wenn ich zum Beispiel ein Array übergebe. Jetzt habe ich diese testfn auf ein Array angewendet. Und das kann ich auch mit allen anderen Objekten machen. Ich kann das auch auf eine Date-Instanz anwenden, oder auf eine Database-Instanz. Das heißt, this ist nicht immer an dieses Objekt gebunden, von der die Function an Property ist. This kann verändert werden, und das ist eine wichtige Sache in JavaScript. Denn ein this, das nicht das Objekt referenziert, was es referenzieren soll, ist die Ursache für viele Fehler und für viele geraubte Nerven von Web-Entwicklern. Aber es hat halt auch was unglaublich Gutes. Wir können das jetzt einsetzen, um das so zu machen, dass man der Konstruktor-Funktion diese Liste an Argumenten übergeben kann. Wir nehmen die Insert-Funktion und schreiben apply. Und der Kontext, in dem wir die Funktion ausführen möchten, ist einfach unverändert this. Also wir wollen this einfach nicht verändern und übergeben nun diese Arguments-Liste dieser Insert-Funktion. Probieren wir das mal. Ich gehe wieder zurück zu der Anweisung, wo wir dem Konstruktor hier diese ganzen Objekte übergeben und führe das jetzt mal aus. Und jetzt probieren wir das nochmal mit cast where nachzugucken. Und jetzt hat es tatsächlich funktioniert, jetzt haben wir bereits beim Instanziieren die Datenbank gefüllt. Im nächsten Video geht es um die forIn-Schleife. Wenn ihr euch erinnert, als ich euch die forIn-Schleife vorgestellt habe, habe ich gesagt, dass die nicht für Arrays geeignet ist. ForIn-Schleifen sind für was anderes. Wofür die forIn-Schleife benutzt wird, zeige ich im nächsten Video. Um das nächste Video zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder, falls ihr euch dieses Video in einer Playlist ansieht, zum Beispiel bei css3html5.de, bleibt einfach dran. bidding zu sehen, wirinhoão. Aber мин-Schleife bis 7. Bis dran. Irgum어야 generals bei »srage Gangje bis